Viktoria von Schweden ist aktuell die beliebteste Dame unter den Royals. Die Kronprinzessin landet bei einer Umfrage wiederholt auf Platz 1. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar Public im Auftrag der Zeitschrift Frau im Spiegel herausgefunden. Auf die Frage, wer ist die beliebteste der Prinzessinnen und jungen Königinnen, nannten demnach 14% der befragten 1007 Frauen die 45-Jährige. Viktoria von Schweden kann vor allem mit ihrer Persönlichkeit punkten. Sie gilt als gewissenhaft, hat keinerlei Allüren und tritt stets charmant auf. Besonders gut kommt Viktoria bei Frauen im Alter von über 30 Jahren an. Nur knapp am ersten Platz vorbeigeutscht ist die niederländische Königin Maxima. Sie kommt bei der Umfrage auf 13%. Ihre Art wird von vielen als lebenslustig bezeichnet, sowohl bei Jung und Alt kommt Maxima gut an. Prinzessin Kayett schafft es mit 12% auf Platz 3. Ein schwaches Ergebnis, dafür, dass sie die Liste lange angeführt hat. Die Ehefrau von Prinz William wird für ihren Stil gefeiert und kümmert sich liebevoll um die gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis. Nach dem Tod der Queen Elizabeth II. stand sie ihrem Mann zur Seite. Prinzessin Kayett liegt damit vor Herzogin Meghan, Kronprinzessin Mette Marit und Kronprinzessin Mary. Diese vajalen Damen erzielten jeweils nur 4%. Fürstin Charlene von Monaco und Belgiens Königin Mathilde sind mit jeweils 0% die Schlusslichter.